einen fluschen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute ein kurzes video denn ich habe die panda beats spray im mode icon und banner vom leben i oleg von i oleg freigeschaltet und das sogar nach recht schneller zeit wenn ihr fix seid können ihr vielleicht auch noch ein code erhaschen je nachdem wann das video rauskommt das hier ist auf von meiner seite aus meine ich auch platz 1 was wie passt denn und oleg olex ja items hier angeht da finde ich das am geilsten auf platz 2 bin ich das reaper so finde ich geil stand schaue ich zwar am meisten aber die tomate ist jetzt so an sich jetzt nicht spektakulär ist da finde ich schon den panda am geilsten ich muss verschauen ist eigentlich es gibt ja so ein item wo man das banner anzeigen lässt aber ich meine das ist nicht im shop muss ich mir mal kaufen wenn es da ist so ah ja hier das i olex spray bin jetzt wollen nur noch das von reapers und von stand by stand habe ich ja früher schon auf zugeschaut da habe ich schon gute punkte gesammelt bei reapers wird das bisschen schwieriger mit den 200.000 kurs was ich extrem viel finde aber mal schauen wie ich das wie ich die bekomme dazu wird es dann auch updates videos geben ansonsten wird schon noch einen wunderschönen tag schreibt mir auch gerne in die kommentare welche codes ihr bereits freigeschaltet habt bzw ihr demnächst freischalten werdet ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag hau rein und ciao leute bis zum nächsten Mal